Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 jetzt probieren wir mal die brutale aus probieren wir mal die brutale aus alles klar aber auch nicht so funktioniert oder ja genau komm wir mal in der desert ja genau überleben wir schon mit der desert ach das ist ne tödlichkiste ich dachte die explodiert irgendwie nach der zeit ja wenn wir versuchen die aufzunehmen dann ja ach so dann geht die hoch ja da bringt ihr voll gar nichts weil wir doch nicht ist noch immer die regel für dieses mit ausleben genau her geht habe ich in der rechten sekunde zur rechten zeit darum du hast mich wieder ich hab ich wieder den text getötet ich habe gemacht er ist gestorben ich wollte gerade was in parken aber du kamst noch im zwischig gestrungen du drückige schieft hallo hallo Alter oh fuck it so ne scheiß Merz ist nicht dabei scheiße er steht am hell ich war geblendet von der schönheit dieser map oder von der herzlichkeit von chris chris spielt gar nicht mehr mit drüben und er ist auch irgendwie wecken komplett weg vielleicht sind sie das abgekackt hühner höchst ich hab dann mal eine scheiße hey derjenige hände immer noch verheiratet wenn ich mir nicht um es ist geben das war wirklich Steven du kleiner Sack ich drehe mich um in dem er will dich dann von hinten gekillt oh nein ach du ich dachte ich konnte nicht zurücklaufen was denn jetzt kaputt was war das? ich ging da irgendwo fest keine ahnung ich konnte mich nicht mehr bewegen egal in welche Umissrichtung nein warum? ich war beschäftigt aua ich hab heute gerade eine Fläche ins Gesicht ja die hab ich jetzt erst abgekriegt was los Verletzung ja mhm kriegst du dreimal in den Schwanz kippst du hier um oder was? mhm wer braucht heute schon einen Schwanz wer braucht heute schon einen Schwanz geile Schwänzen ja alles naht sie dann hergehen oh das ist jetzt auch scheiße Scoutingfreunde Scoutingfreunde oh hallo guckst du nicht da so behindert um mit dem Erfangen da? ich mach die Drohne nein gib dir mir nen Handy doch alles klar jetzt ist er weg scheiße ich wusste einer leider nicht mehr zu viel ja überall lebe halt nein ich brauch 5 Kälte zum nächsten Mal ich brauch 5 Kälte zum nächsten Mal ich mag das Ding ich muss mir die Telle dividitiv auch mal zulegen what the stirb scheiße ich glaub rau rein ey das Rohr ist irgendwie wo man am meisten gekillt wird das Rohr hör auf mit den Headys ja wenn du nach unten guckst und ich dir dann voll ins Gehirnschuss da kann ich auch nix tun da kann ich auch nix tun ach scheiße ich guckte einer vom Rohr her alter fick dich und dann er luftlang in Bereitschaft wo ist halt hier? wo ist halt hier? wo ist halt hier? bohr alter user join your channel alles klar back and forth wo was du was zum ja mein PC hat nen Abgang gemacht weiß oh oh nicht auf mich genau mein Name ja du licht aber gar zu geil rum was ich mir so in den Pack in mir alles klar nahtüben nach dem Strick aha komm nicht rein ho ho aah hast du so dann? nein was los her geht hast du dich am Knie gestoßen wenn ihr macht blöd halt platt noch gesicht geschossen aber juckt ihn gar nicht ne juckt ihn gar nicht ne juckt ihn gar nicht hört krass na cool äh lag feindliche Luftschlager Alter was noch das zu tun scheißberg hä? achso halt ich bin auch noch da hin ich hab die Drohne jetzt fünfmal ausgewählt jetzt möchte ich aber auch eine Verbesserung haben gleichzeitig feindliche Luftschlag unterwegs feindliche Luftschlag unterwegs boah oh das ist ja scheiße das ist ja überhaupt zu was denn? hast du facebook an? nein weil ich auch nehme gut dann kann ich dann auch gleich was schicken fang da ne ich 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 wuch fang da ne ich warte mal was meiner ist es nicht 학 Es gab... Da ba ba da ba... Alter! Fla leck! Ich glaub ich... Der Bonus kann nicht schlecht! Ah, ich hasse mich nicht! Oh Gott, ich seh grad die... Nein! Nein! Nein, bleib mal da hin! Hier! Du bist halt nach der Basis! Ja, ich wollte! Warte, bleib, ist das Ding los! Ich liebe es! Cool! Selber! Nein, warte mal! Nein, warte mal! Komm doch mal her! So! Ja, statt den noch zu töten, Haggit ist doch behindert! Haggit ist behindert! Nein! Scheiße! Aber das macht Spaß mit Haggit! Oh nein, Scheiße! Aber das macht Spaß! Hm? Mit Unterstützung? Ja! Der mit dem Ender-Chimp! Was sollst du denn normale für dich? Alter, wie nervt! Leu! Wie ist das nicht weg, Mann? Was? Mach grad mehr, Alter! Was denn diese Map? Ist doch schön! Oh, ich hab mich selbst geflasht! Aspekt! Warum messer ich nicht einfach, verdammte Hacke! Das fällt mir auch immer ein, wenn ich schon einen Halbdruck geschossen hab! Ja, warum kannst nur du wissen! Alles klar, Alter! Mann, hast mich nicht ge... Sorry, O'Bien, Hacke! Ich hab mich nicht gesehen, wie ich auf der Erde lag! Nein! Ich hab mich auf Steve gerade verwussten! Deswegen! Hör mal auf, dein Wurfmasse dazu werfen! Das war nicht meins, das war Christeins! Achso! Ja! Das war's los! Kassier mit! Mal auf deinem Spiel! Okay! Musst du mir noch den Arsch rasieren! Ich hab keine Granate drin! Scheiße! Wir haben mich einfach immer erlaubt! Nein, ich habe keine Muni. Ah... Nein... Ja, die ist ein... Äh... Na, wie meinst du? Hier kommt... Weil durch den Rauch kam das Messer geflucht hat, nur was war das Sinn. Was für ein Rauch, Alter, da war gar kein Rauch mehr. Natürlich bin Kanate. Nein, wer die Granate wird schlippt. Oh, eine Kiste ist garantiert nicht kaputt. Leute, warum machst du die auch? Mensch... Was hat der? Ich wollte sie müssen. Ach so, Ankistrone. Ja. Überleb halt! Überleb halt! Ist okay, ist okay. Da legt er sich hin, Alter. Ja, natürlich. Ah! Weißt du, Granate explodiert vor mir und ich flieg vor, aber... Logic. Woher siehst du mich denn? Ich sehe nichts! Oh, liegt er auf dem Boden, Alter! Neue Selbstmordhilfe, Doppelabschuss, was? Was? Haha! Für die Sterbehilfe ja aktiv. Alter! Ja, da schießt er durch die Wand, Alter! Nein! Und jetzt hast du mir die... Alter, ich hab den Stahlträger übergedreht getroffen. Na klar. Haha! Komm, zwei Kills brauche ich noch! Alter, überall Explosionen, Alter! Und dann so ein Morrock, ey! Ah, jawoll! Voll in die Bauchküche, Speicheldrüse! Äh, was? Hm, du magst. Was? Weil der Fischisch ist. Nein! No! Weißt, Chris ist wieder der einzige, der den scheiß YouTube überlebt, ey! Also meiner kann es diesmal nicht sein, ich hab genau... Vergessen, vergessen, vergessen! Ja, aber ihr habt die alle! Das tut doch gar nicht! Oh, doch! Kann ich die eigentlich auch mit neun Hip-Hack schießen? Haha! Ich glaube nicht! Sag mal, wieso können die eigentlich alle durch die Fest fucking auch durchschießen, ey! Ich sehe da gar nichts! Was? Wow! Explosion! Nice! Ey, guck mal, ich bin Zweiter! Oh, ich bin Letzter! Unerwartet! Alter, mit Nachladen! Jawoll! Oh! Ich hab vielleicht... Ne, warte mal! Mann, warum kommst du jetzt noch mit? Das war so schön in der Lauf! Bist du glaubt mir, Usain Bolt, oder was? Ne, Laura ist so im Tears! Was? Was für Laura? Hallo! Wen interessiert ist Laura, bitte schön! Ja! Ah, sch... Oh! Hat der noch ne Scheiß-Sent-Fix-Gorfen gehabt da eben noch? Jau! Was wirklich alle zwei Sekunden gibt ich irgendwo ne Bombo! Was? 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 Was mit deiner Pupel 90? Arsch doch! Was soll an meine Semtix mit hochgejagt? Was halt, ja... Ja, von zwei Seiten! Super! Ja, die ist da! Naino! Was, Heino? Was, Heino? Nein! Naino! Ich weiß nicht, warum ich ihn nur da ranhänge! Alter, hey, Geld! Wer ist nicht dein Ernst? Alter! Beruhig dich mal! Explosion! Nein! Alles klar! Alles klar! Ich sollte weg, ich sollte weg! Alles klar! Nein! Leider! Ich hab's nicht in Ordnung! Ich hab's nicht in Ordnung weg! Ich kann ja in Ordnung, ich habe das super... amerikanische Träger abgelaufen! Ich konnte ja auch nicht wirklich gucken. Auf jeden Fall! Das ist wirklich so einstrengender! Nein! Oh Gott. Wie wär's? Alles klar, lass mal ein Drimmerweilung. Ja, auf jeden Fall. Wie wär's nochmal mit Terminal? Okay, man kann.